Herzlich Willkommen hier im Schulcampus Evershagen zur Ausstellung UNIVERSE. Das ist eine Wanderausstellung der Servicebüros der Jugendmigrationsdienste und soll Jugendlichen zeigen, wie das Zusammenleben mit jungen Menschen aus anderen Ländern und den vor Ort lebenden Menschen funktionieren kann. Welche Herausforderungen junge Menschen aus anderen Ländern haben hier beim Einleben, welche Kulturen sie mitbringen, welche Besonderheiten sie haben und wie das gut und schön gelingen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017